Kaaasi, Hasi! Mach mal bitte zu hoch! Alles klar! Jetzt sind wir erstmal in den Gaffen hier. In den Wattwurm. Jetzt wird er angerissen. Am besten hab ich zum ersten Mal mal den Tisch dran. Sonst bei ihr gehen auch, wo ich den Kurs nicht. Hey, kurzer! So die Scheiße! Habt ihr alles fertig? Ja! Sicher! Du Stricher! Noch ein Blick in unsere Fischkiste. Hey Kaa, der geht zu stark, der Motor! Kommande! Ja! Ja! Ja, jetzt legst du vor links auf dem Wasser! Ja! Ja! Was auf dem Wasser? Rechts vor links! Achso! No! Ja! Genau! Komma, na! Becker, der fährt ungefähr 80 Sachen und wir fahren 8.